Aktuell muss man ja aufgrund der geltenden Corona-Regeln an viele Dinge denken, ehe man sich auf den Weg zum Einkauf oder in ein Restaurant macht. Bei vielen Besuchen sind tagesaktuelle Tests zwingend vorgeschrieben. Während in den Städtentestzentren fast wie Pilze aus dem Boden schießen, sind diese im ländlichen Raum eher spärlich gesät. Aber es wird Abhilfe geschaffen. Seit gestern haben auch die Bürger von Hartenstein und Umgebung die Möglichkeit, sich kostenfrei testen zu lassen. Da gibt es junge Leute, die aus der Not eine Tugend gemacht haben. Ja, wir kommen eigentlich ursprünglich aus der Gastronomie, haben unseren Donatladen in Gera und 3G, 2G oder 2G Plus machen das natürlich nicht einfach. Wir konnten keine Gäste empfangen, den Lieferservice konnten wir zwar hochfahren, aber es war kein Tagesgeschäft möglich. Da haben Sie um die Ecke gedacht und haben gesagt, lasst uns doch in diesen Zeiten was anderes machen und ja irgendwie auch was anderes, was Gutes tun. Genau, also wir haben nicht, wir saßen nicht in der Ecke und haben gesagt, nee, wir können nicht mehr, sondern wir haben gesagt, was können wir weitermachen. Wir sind sehr jung, das ganze Team ist sehr jung und wir wollten natürlich auch was Gutes tun. Und ich nenne es mal so, die älteren Leute, die brauchen auch einen Test. Und in den ganzen Großstädten gibt es so viele Testzentren, aber so die ganzen ländlichen Regionen, die werden irgendwie vergessen. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen in die ländlichen Regionen und versuchen dort einfach auch die Infektionsketten zu unterbrechen. Jetzt sind Sie hier mitten ins Zentrum von Hartenstein gekommen und Sie haben es schon gesagt, es sind vor allen Dingen die älteren Leute, die ja sonst vielleicht erst bis Zwickau fahren müssen, um sich testen lassen zu können. Haben Sie vor der Haustür, können auch die Annehmlichkeiten wieder wahrnehmen, wenn man diesen tagesaktuellen Test benötigt. Genau so ist es. Also egal, ob geimpft, nicht geimpft, jeder sollte sich testen lassen. Das ist wichtig. Jeder möchte ja auch seine vielleicht Großeltern im Pflegeheim besuchen oder wieder was essen gehen in der Gastronomie, um die Gastronomie wieder zu unterstützen. Und da ist es einfach essentiell, dass dort Testzentren auch in den ländlichen Regionen aufgemacht werden. Es gibt ja manchmal die sogenannten schwarzen Schafe. Man sieht es ja schon bei Ihren Kollegen, Sie haben die Vollkleidung an, Sie werden dann wieder Handschuhe anziehen. Wie haben Sie das denn gelernt, dass Sie richtig testen können? Also tatsächlich, wir als Geschäftsführer, wir haben selber im Testzentrum damals gearbeitet, wurden von einem Arzt geschult, alle Mitarbeiter von uns werden von Ärzten geschult, wird natürlich auch vom Gesundheitsamt geprüft. Also wir unterliegen da strengen Prüfungen und wir machen uns da eigentlich keine Sorgen, dass bei uns so etwas passieren könnte, weil wir kontrollieren auch sehr streng. Für die Zuschauer, die das jetzt hier sehen, wo ist es denn in Hartenstein genau? Also wir sind in der Rudolf-Breitscheid-Straße 1. Das ist ein ehemaliger Blumenladen, mal vor ewiger Zeit gewesen, in der Nähe vom Rathaus. Die Öffnungszeiten? Also wir haben Montag bis Freitag von 7 bis 11 und 12 bis 18 auf und Samstag und Sonntag von 9 bis 13.30 Uhr. Bei Hartenstein wird es nicht bleiben. Was haben Sie noch vor? Also wir wollen noch natürlich weiter wachsen in den ländlichen Regionen. Welche Dörfer, Städtchen da jetzt kommen, das ist noch ein bisschen geheim. Aber es wird sich weiter aufbauen, auch so in den ländlichen Bereichen hier auch in Sachsen. Trotzdem ist ja sicher Ihr ganz großer Wunsch in Ihren eigentlichen Beruf zurückzukehren, dass sich die Dinge wieder beruhigen und die Menschen sie wieder besuchen können. Genau, also tatsächlich haben wir auch einen weiteren Donutladen geplant. Der soll in Jena stattfinden im März. Wir hoffen natürlich, dass bis dahin die Maßnahmen sich vielleicht ein bisschen gelockert haben, so dass wir dort auch wieder Leute empfangen können. auf jeden Fall. Vielen Dank.